So, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Starter und zwar mit der Startnummer 02. Heißt Marco Schrotter, ist 9 Jahre alt und kommt aus Eckersdorf. Und Marco wäre ganz gern ein Vogel. Aber stopp, nicht nur irgendeiner, der einfach nur piepst. Das wäre für einen Marco viel zu langweilig. Mich fasziniert, dass die überhaupt fliegen können und dass die so eine Kraft haben. Dann stellst du dich so hin, damit der Vogel so landen kann. Ich war schon ungefähr um die 100 Mal bei Flugschauen und deswegen habe ich, glaube ich, keine Angst. Wenn ich ein Tier sein könnte, möchte ich am liebsten ein Condor sein. Oh mein Gott. Jetzt heißt es nach Marino. Weil der der größte Flugfähigvogel der Welt ist und weil er ebenso groß ist. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Den hätte ich gern lieber. Robbie Williams. Na, Marco? Robbie Williams? Marco? Robbie Williams? Marco? Ja, den hätte ich lieber. Der ist mir sehr viel sympathischer. She's Madonna singt zwar Robbie Williams, aber die Version von Marco, die hat es ordentlich in sich. Hier ist er mit der Startnummer 02. Marco mit Wir brauchen Superhelden. Ein Rot von der Felde. Ein Rot von der Felde. Wenn ich heimlich an Sonntagzeiten gehst, dann werd ich meistens so blass wie Ziegenkäse. Da steht, es wird das Klima heißer. Im Winter ist es bald nicht weiß mehr. Gibt es am Pol demnächst kein Eis mehr. Ein letzter Notruf. Wir brauchen Superhelden. Der Job wird frei. Hey, Jungs, könnt ihr euch melden? So Typen mit Superkräften. Kommt einfach aus den Comic-Käften. Zeigt, was ihr könnt. Die Welt ist in Gefahr. Mit Hitzeblick knähen sie den Himmel zu. Der ganze Müll wird weggebeamt im Nu. Dann waschen sie die Flüsse rein. Sitzend im Wald mehr Bäume ein. Machen am Schluss den sauren Regen süß. Ein letzter Notruf. Wir brauchen Superhelden. Der Job wird frei. Hey, Jungs, könnt ihr euch melden? Kommt alle her, die ganze Truppe. Und guckt dem Bösen in ihre Suppe. Zeigt, was ihr könnt. Die Welt ist in Gefahr. Mit der Startnummer 02, Marco. Bitte, wie hast du ihn gerade genannt? Miri, Schiri, Kiri. Miri, Schiri, Kiri. Du bist der Einzige, der mich so nennen darf. Aber du darfst es ja gerne in deinem Fotogramm haben. Ja, bitte einfach dafür Miriam und Marco. Und ja, Plankunterschriften sind immer gut. Dankeschön dafür. Sag einmal, wenn du ganz bekannt sein wirst, worauf ich, bin ich sicher, und eine Welt-Tournee spielst, wirst du mich dann noch kennen, wenn ich am Gitter hänge und lächze? Ja. Ja? Naja, vielleicht. Das schauen wir uns auf jeden Fall erst noch an. Sag einmal, du willst gerne Falkner werden. Was macht denn Falkner so ganz genau? Ja, also der lässt den drei Vogel von Faust fliegen. Und ja, da gibt es halt Shows. Shows gibt es. Genauso wie wenn du als Sänger auf der Bühne stehen würdest. Was wäre es jetzt lieber, wenn du die Wahl hättest zwischen Sänger und Falkner? Beides. Beides? Ja. Du willst alles haben. Dann kann man ja verbinden. Weißt du, so Zweitjobs und Erstjobs und so. Das wird funktionieren. Vielen Dank. Es war ganz schön, Marco. Danke, nimm Platz. Nicht vergessen, für Sie zu Hause ganz wichtig, eher die Startnummern unserer Kids. Falls Sie einen im Blick haben oder sagen, das ist mein Liebling, dann merken Sie sich die Startnummern. Jo Marie haben wir schon gesehen, das wäre die 01 und 02 für Marco, den wir eben gesehen haben.